Die Wolfsburger lassen so gut wie nichts zu. Grafit gegen Lell. Jetzt wird es eine Demütigung. Guckt euch das an. Bist du verrückt? Komm, wir gehen nach Hause. So was in der Art. So, Grafit gegen Ottl. Da kommt Lell. Den lässt er stehen. Ottl geht mit. Rensing kommt raus. Und der Tanz. Lamm ist da. Breno ist da. Ja, glaub ich's denn. Das ist der eigentliche Schlawiner in diesem Spiel. Grafit. Ohne Worte. Das kann man sich nicht oft genug angucken. Macht er die Frisch da hinten? Unvorstellbar. Unvorstellbar.